Das Pumpspeicherwerk Niederwarta ist eines der ersten im Großmaßstab verwirklichten Pumpspeicherkraftwerke. Es befindet sich in den Dresdner Stadtteilen Kossebaude und Niederwarta. Das PSW Niederwarta wurde von 1927 bis 1930 gebaut und hat eine Nennleistung von 120 Megawatt, die von sechs Maschinensätzen erzeugt werden kann. Vier davon sind allerdings stillgelegt. Geschichte Zur Bauzeit leisteten sich die Ingenieure des PSW Niederwarta einen wahren Wettlauf um die erste Inbetriebnahme mit dem PSW Körbchenwerk an der Ruhr im westfälischen Herdecke. Nach Auskunft des heutigen Betreibers Vattenfall ging das PSW Niederwarta schließlich mit der ersten Maschine schon am 27. November 1929 ans Netz. Die endgültige Fertigstellung und Inbetriebnahme des letzten Maschinensatzes erfolgte jedoch erst im März 1930. Das Körbchenwerk wurde am 28. Januar 1930 vollständig mit 132 Megawatt in Betrieb genommen. Folgerichtig wurden damals, je nach Betrachtungsweise, beide Kraftwerke als erste ihrer Art und große technische Neuerung gefeiert. Die architektonische Gestaltung des Kraftwerkes geht auf einen Entwurf des Dresdner Architekten und Hochschullehrers Emil Höck zurück. 1945 wurde die elektrische Ausrüstung als Reparationsleistung demontiert und in die Sowjetunion verbracht. Einige Jahre später wurde es mit zunächst vier neuen Maschinen schrittweise wieder aufgebaut, später kamen die vier ursprünglichen aus der Sowjetunion zurück. Zwei stammten von der Firma Escherwiss und zwei von Feuth. Man verschrottete die Aggregate der Firma Escherwiss und baute für die anderen beiden eine neue Rohrbahn und erweiterte das Maschinenhaus elbseitig für diese zwei alten Maschinensätze. Damit sind nun alle Aggregate von der Firma Feuth. 1955 waren zwei Turbinen in Betrieb, 1957 vier und 1960 erstmals sechs. Ursprünglich hatten die zurückerhaltenen alten Turbinen nur eine Leistung von 15 Megawatt, sie wurden beim Wiederaufbau auf je 20 Megawatt erweitert. Im August 2002 wurde das Kraftwerk durch das Elbhochwasser beschädigt. Ab November 2003 wurde es schrittweise mit zwei Turbinen wieder in Betrieb genommen, die restlichen wurden nicht repariert. Nachdem 2008 Planungen für einen Neubau vorgestellt wurden, teilte Wattenfall 2015 mit, das Werk zum 1. Januar 2016 vom Netz zu nehmen. Wattenfall ist jedoch verpflichtet, das Werk auch weiterhin für den Schwarzstaatfall vorzuhalten. Ein entsprechender Vertrag wurde mit den Dresdner Stadtwerken Dreyvon geschlossen. Die Wasserbauwerke Das Pumpspeicherkraftwerk Niederwater besteht aus einem Oberbecken und einem Unterbecken. Diese sind mit Druckrohrleitungen verbunden. Es gibt heute drei Rohrleitungen aus Stahl von 3,20 bzw. 2,50 Meter Durchmesser und 1760 Meter Länge. Die Fallhöhe beträgt etwa 143 Meter. Oben am Berghang, an dem Knickpunkt der Fallrohre, steht an jedem Rohr ein oben offener Turm, das sogenannte Wasserschloss. Es dient dazu, einen Druckstoß im Rohr zu verhindern, wenn ein Ventil geschlossen wird. Druckstöße könnten sonst bewirken, dass ein Rohr bricht. Das Kraftwerk arbeitet mit Francis-Turbinen. Das Energiespeichervermögen der Anlage beträgt schwankenden Angaben zufolge 560 oder das Unterbecken. Das Unterbecken wurde zur Bauzeit etwa zur Hälfte auf Kötschenbrot der Flur errichtet. Der gesamte nordwestliche Teil des Beckens überdeckt etwa die Hälfte der ehemals links-elbischen Weih-Erwiesen des späteren Radebeuler-Stadtteils am Fährhaus. Auch der sich dort befindliche Reidelshof wurde überflutet. Die 45 Hektar Speicheroberfläche entsprechen etwa den 43 Hektar Kötschenbrot der Flur, die direkt an der Elbe anfing und flussaufwärts der Niederwartaler Elbbrücke lag. 1954 kam diese gesamte Flur zu Niederwater und ist damit heute Teil von Dresden. Das Absperrbauwerk des Unterbeckens ist ein Staudamm. Die in der Nähe vorbeifließende Elbe ist aber nicht aufgestaut. Am Unterbecken gibt es eine Badeanstalt. Die Bauwerksdaten Bauart Erddamm Höhe über Gründungssohle Höhe über Teilsohle 8 Meter Kronenlänge 2500 Meter Bauwerksvolumen Speicherraum 2,5 Millionen m³ Speicheroberfläche 45 Hektar Das Oberbecken Das Absperrbauwerk des Oberbeckens ist ebenfalls ein Staudamm. Dem Oberbecken laufen drei kleine Bäche zu, von denen der Unkersdorfer Silberbach der größte ist. Am Zulauf dieser drei Zuflüsse befindet sich eine Vorsperre nahe Rennersdorf. Auch am Oberbecken gibt es Bademöglichkeiten, allerdings in offizieller Art. Der Betreiber Wattenfall toleriert aber das wilde Baden. Die Bauwerksdaten Bauart Zonendamm aus Lehm, Ton, Sand, Schotter und Kies Kronenhöhe 256,50 Meter NN Höhe über Teilsohle 42 Meter Kronenlänge 800 Meter Kronenbreite 10 Meter Bauwerksvolumen 550.000 Kubikmeter Speicherraum 2,9 Millionen m³ Nach anderen Angaben 2,84 Millionen m³ Speicheroberfläche 30 Hektar Kronenläuten Jay Lu F Rot G Dis Sjö